Buon suave Muchachos! Schön, dass wir eingeschaltet haben zu Rainbow Six Siege! Rankt hier auf Oregon unterwegs bei den Losers. Ich bin der Deko und wir zocken zusammen mit Bobossa! Pow! Wasse Gaita! Seid herzlich willkommen! Rainbow Six Siege Oregon freshe Map, da nehmen wir auf jeden Fall den Thermal. Thatcher ist nämlich schon im Haus. Ups, das ist auch im Haus. Thatcher, ich gepickt konnte. Und wir spawnen Straße. Zack! Oh, mein Skin für diese Thatcher-Waffe, der ist so hässlich, aber ich glaube diese Thatcher-Waffe wird eiskalt. Nur Scheiß-Skins. Das ist auch hässlich. Wir nehmen mal einfach Schwarz. Nein, Safran. Wir nehmen Safran. Oh, hier ein Picshack. Your Mom. Loil. Bom-Roll! Armschlüssel, ja, sind unten. Da haben wir den Mute. Hallihallo. Tag, und bei mir büttchen in letzter Zeit so viele hier aus diesem Fenster raus, wenn ich da drüben chille und am rumgucken bin draus. Jedes Mal hier am Fenster, deswegen will ich da gleich mal ne Claimer einstellen. Nanananananananananana. Ach so, da, okay. Zack, meine Drohne bleibt mal hier, wobei. Was war das? Oh, oben ist jemand auf jeden Fall. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Zack! Radmohn. Geht mal, versuch's diese Fantasieworte irgendwie zu schreiben. Guys, don't go in Garage. There is one above and I think we open the scenes. Nee, hat er nicht. Oh, Vigil ist hier irgendwo. Ich hab hier harten Ausschlag. An den Eiern. Muss man grad sagen. Ich hab hier harten Ausschlag. Dann geh doch zum Arzt. Kann ich irgendwo ne Camp lassen? So. Dicker! Von wo? Also wie so Laserstrahlen hier. Hört sich echt so an, ne? Die, 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 die! Ich, sie, 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 sie! Okay, ich habe nichts entfernt. Ist hier jetzt eine Hibana zum Öffnen? Ich glaub, das hat schon aufgemacht, oder? Darf ich reingehen? Ich will ja, ist schon aufgemacht. Äh... Wo willst du reingehen? Es ist nur Bandit hier unten und der ist nicht im Raum Hier ist noch Mira Oben irgendwas? Mira ist hier der Mira Fenster Bandit Ja naja, also ich habe bis jetzt zwei Leute unten gesehen I see Bandit and Mira downstairs So the rest is roaming Doc is downstairs too So there is one roaming Okay, ich habe die wichtige Wand aufgemacht Stecken wir mal kurz oben Oben war auch gerade jemand, okay Losfälle Ich habe einen Edwin Ich habe einen, der Bau rein Mega ist mal nicht meiner Nein, genau vor Versammlungshalle Versammlungshalle, fast tot Meeting Horn Oh, Alter Hibana Oh, Digga Oh, Alter Good Job, Dude Alter Tschüss Das war close So, auch erstmal ein Good Job gesagt Alter, ich lag da unten auf dem Boden Und sehe einen vor mir Der ist in der Wand verschwunden Ich ziele genau dahin, wo ich ihn gesehen habe Und er kommt einfach geduckt wieder Und ich war nicht mal im Visier drauf, Alter Oh, Mann Der Bildschirm hat mich sofort bekommen Ich habe ihn zu Glück so gefühlt zwei HP runtergehauen So, dass er gerade richtig verschossen hat Und ihn trotzdem noch töten konnte Oh, wichtig, wichtig Sehr schön Okay, aber die erste Runde schon mal in unsere Tesch-Muchachos Erste Runde Ja Auf unseren Nacken Jetzt müssen wir verteidigen Bam Ich habe, Leute, ich habe noch nichts gepickt Ich nehme eine Lesion, ja Lesion passt gut Ich stehe, glaube ich, so ein bisschen hinten rum Also Big Tower-mäßig Big Shark Big Shark am Stizzle Digga Da war eine Drone Ist es auch noch vorbei? Alles super Da Die Drops müssen wir noch zu machen Drei Drohnen habe ich schon Drei Drohnen down Drei Drohnen down Immer so, ne? Digga Wenn ich mich töten, Alter Oh, schaffe ich den? Oh, schaffe ich meinen? Ich schaffe meinen Mitsprüf sogar Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, Baby Komm schon, Baby Auf das Fenster hier achtet nie jemand, Muchachos Wenn hier jemand langläuft Da lang Easy Kill Geschafft, ey Ah, da war auch jemand Baustelle Aber es kommt niemand von Baustelle hier lang Oh, fuck Längstens Einzug Das Mirabwindow ist open Ja, habe ich gerade gesehen Okay Ich habe hier meinen Kuh vergiftet Kann sein, dass sie gerade vorne reingekommen sind Ja Mal, ob ich hier an der Seite jemanden finde Hangeln Nein Dort beim Auto Auch nicht Okay Ich bin Versammlungshalle Okay Digga Hätte ich noch viel Ehr haben Draußen war noch einer There was one outside At the cars Oh, ich könnte aus dem Schlafzimmer rausbitchen vielleicht Nein, das will der Bandit jetzt auch machen Ich wollte auch da rausbitchen Bandit Das ist doch meine Idee Du Arschkrebs So ein Arschloch Er ist auf den Kill willkommen da Das war genau das, was ich machen wollte Digga, wo sind die? Vorne Draußen wieder Ja Digga, aber ein Kill musste ich jetzt auch nochmal kriegen Alter, ein Kill Und ich habe mich so schluss, dass ich in der Claymore steht Da war nur eine Da war, Leute, aber in die andere Richtung Auch so ein Fenster, wenn man da drunter springt Easy Well, well Lucky Dinko Gut, dass die Claymore nicht anders drauf stand Sie könnten wieder waschtüche gehen It was the other way around So, ähm Man, wir gehen wieder Äh, wäre possible Den würde ich jetzt mal Kapital nehmen Dann nehme ich Thatcher Zum wegspringen Das Ding ist Diese, ich finde diese Waffe Ich, das Muchachos Diese Waffe ist von den Werten her Klar besser als die erste Aber ich finde Diese Waffe vom Thatcher Die zweite einfach so übertrieben hässlich So vom Aussehen her Ist die so übertrieben hässlich Die Skins sind übertrieben hässlich Ich würde immer lieber die andere Waffe benutzen Oh Okay, Vigil Einer von uns hat das Spiel verlassen Auch noch Hibana Ärgerlich Wir können nicht rein Scheiße Rückplatz Nee, Baustelle Baustelle ist vorn Nee, ich versuch's trotzdem vorne Ja, genau Mach einfach auf Du darfst danken Du bist da Oben jetzt ne Cam hinstellen Damit ich gucken, ob keiner von da raus kommt Beziehungsweise ob da jemand wartet Ja Alter Scheiß Jetzt zu viert Das ist auch noch Die Hibana lief Warum? Kann ich so ein Useless Char Wie Capitao lieben oder so? Bunker Eingang Ist auch ne Vakery Drohne Wenn die noch geht, wir spawnen Wir schauen wo die ist Okay, Weaponry is free wie's aussieht Alter, ich kann hier eigentlich nicht durchgehen Hier ist echt Randale Versuch woanders lang zu gehen Ihr müsst ja auch ein bisschen Randale machen Damit ich hier Ja Oh fuck Oh fuck, da ist auch noch Mira Oh big tower Versammlungshalle check ich eben Oh, wo kann ich denn die Claimers hinstellen Nix wissen Mal sehen Nein, er stand vor meiner Ich wusste, es kommt jemand über die Stairs Aber ich dachte, er wäre noch unten There was one on the stairs Care, care, vigil, vigil Down here Ja Ash, he killed me Right, right on your side Digga, hier durch? Wie? Doll Eins gegen fünf, Alter Die Valkyrie hat mich durch die Wand getroffen Durch die Kisten Weil sie die Twitch treffen wollte What the fuck, ey Nein Also hattest du auch Luck? Alter, das kann ich dein Ernst Ich dachte gerade schon, dir hat ein Hack an Wow Ey, das So random Schüsse Alter, das war richtig random Also so random wurde ich lange nicht mehr umgebracht Okay Gehen wir wieder Schlafsäle Schlafsäle, dann nehme ich Mute Ja, machen wir Ich habe bei der Treppe nach unten in den Keller Oben war ich Weaponry Und er wollte den Boden aufschießen Um so ein bisschen die Treppe runter zu aimen Ja Und dann habe ich Steps gehört Wusste, es kommt jemand hoch Und denke, er ist unten auf den Stairs Aber er war schon wieder irgendwo oben Genau von meiner Nase Das habe ich letzte Mal schon wieder so häufig gehabt So häufig, dass ich jemanden höre Und weiß, er kommt von da Und dann will ich da hin aimen Und dann war er aber schon wieder Viel näher ran, als ich das jemals gesagt hätte Dann aim ich immer in die Falsche Ich muss das mal irgendwie dran denken Ich werde einkonkulieren Okay, Twitch-Drohne schon mal weg Schon mal was Ich denke mal, Mira wird hier irgendwo chillen Mit ihr Mira-Window Dann mache ich hier mal ein Jägergerät hin Da haben wir schon ein Jägergerät Dann machen wir hier noch eins hin Jetzt hätte ich noch ein Schild, das wir nutzen könnte Aber Und schnell weg Schnell, 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 schnell Weg in den großen Tower Schnell weg, schnell, schnell Steps vor mir Hier draußen Ja Es wird sich hochgeseilt Alter, ich bin hier Lost Es wird sich viel hochgeseilt Kann ich auf irgendwelchen Drohnen sehen, wo es sich hochseilen Andere wird für nichts mehr Alter, hier ist übertrieben viel los Die müssen irgendwie alle bei mir auf dem Dach sein Auf dem großen Tower drauf Sehr schön Einen habe ich mir geholt Ich glaube, das war IQ Ich versuche gerade so sneaky zu sein, ne? Ich auch Digger Sauber, Mann Das Ding ist, ich hau die Fenster hier alle so auf Dass die Fensterscheibe nicht dabei ist Oh, fuck Jetzt glaube ich Er kriegt wo? Ich weiß nicht Muss ja irgendwo vor dem kleinen Tower sein, oder? Oder im kleinen Tower Ich überlege gerade, ob ich Küche rausbitchen soll Vom großen Fenster, also vorm großen Tower draußen, ob ich das wäre Achso, bist du im Raum, ne? Ne, ne, ich bin im Tower Digga, dann laufe ich zurück Damit wenigstens noch einer da ist Ja, gar nicht so eine schlechte Idee Ich glaube, ich komme jetzt auch langsam zurück Ist hier unten irgendwas, weißt du? Ne, weiß ich nicht Dann geh ich mal so rum Nice, das war ich heute nicht angehüttert hab Nice, das war ich heute nicht angehüttert hab Nice, Digger Habe ich mir drei Kills geholt hier, Digga Und der eine Headshot war so sexy, Alter Auf dem Dach Der zweite Headshot war so sexy, Alter Sehr geil Bei mir kam absolut gar nicht Hatten sie Angst, die kleinen Knödelgesichter Okay Die können nicht nach unten gehen Ja Und, oh Matchball sogar Sexy, sexy Okay, das heißt Die können nicht nach unten gehen Das heißt Wahrscheinlich gehen sie auch nach oben, wa? Ich dachte auch Deswegen wollte ich unbedingt Blackbeard haben Aber der ist lost Äh, dann nehme ich Thatcher Falls die doch irgendwas haben Nehmen IQ Ich will eigentlich ins Schlafzimmer reingehen Das ist der Plan Die Frage ist Also Kinderschlafzimmer Ähm Großer Torwart muss free sein dafür Hm? Fahr ich hin Lören Conor Lören 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 Wir sind weg wieder Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah Da 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 � artillery Sehr schöne Stimme, muss ich sagen Oje tenho Sch vors Äh, ich entschuldige mich dafür Ich wollte euch nicht die Ohren zerreißen Ich finde das, wo wir gerade beim Thema Ohren zerreißen sind. Ohren zerreißen fühle ich euch wahrscheinlich, wenn ihr am Handy guckt, weil ihr Kopfhörer auf habt. Ich verstehe es nicht, Muchachos. Warum guckt jeder YouTube auf dem Handy? Ich glaube, 60% unserer Klicks sind auf dem Handy. Mehr sogar, glaube ich. Ich glaube, nur 20, 15 oder so sind auf dem PC. Was zum Fick, Alter? Okay, da war der Dude gerade draußen. Der ist vorhin in den Showers. Kevin, Marvin, pass auf. Ja, Showers ist einer. Wo ist er denn jetzt hin? Ich check auch kurz. Er ist nicht im Showers Raum. Ist er gerade nach hinten mitgelaufen? Schauer ist komplett free. Ja, wie sieht es jetzt in der großen Tower aus? Müsste ich nachschauen, in meiner zweiten. Ja, hier liegt eine Valkyrie Drohne auf dem Boden, genau vor der Versammlungshalle. Und hier ist die Valkyrie, Versammlungshalle. Valkyrie in Meeting Hall. War es das jetzt mit der großen Tower? Da war gerade alles free. Ich habe gerade jemanden gehört, der eine Cam aufgemacht hat. Irgendwo unten, glaube ich. Hier irgendwo eine Valkyrie Cam, die ich sehen kann. Hier irgendwo auf den Boden geschmissen wurde. Was? Okay, let's check this out. Ist jetzt oben einer? Ne, okay. Ne, die Banner ist drin. Die Banner ist oben drin. Die Drohne. Thanks. Thanks for the info. Oh, hier kann ich nicht. Da will ich rein. Also, ich check das mal eben. Nice. Nein, da wollte ich nicht hoch. Hier wollte ich hoch. Okay, jetzt wird es gefährlich. Ich hoffe, der Back, der Backbergiert. Aber ich kann mich darauf nicht verlassen. Ja! Keiner ist da schon mal down. Sicher den Raum? Ja, ich habe die Stairs hier. Wo ist, wo ist noch was? Keine Ahnung. Irgendwo. Alter, irgendwo richtig weit weg. Der Headshot in ihr Gesicht, Digger! Guck, 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 klar! Ich wollte nicht, dass der Blackbeard den Kill bekommt. Zack! Alter, one tap! Insta! Ein Schuss. Ein motherfucking Schuss. Sieben Kills. Wuh! Läuft! Alter, das war eine geile Runde. Aber nochmal, um meinen Gedanke zu Ende zu führen. Ich weiß nicht, warum ihr alle einfach Videos auf YouTube guckt, äh, auf dem Handy guckt. Das ist mir viel zu klein, viel zu umständlich. Und dann noch mit Handy-Datenvolumen oder sowas zu Hause. Wenn man zu Hause ist, können wir auf PC gucken, Alter. Genau. Ich weiß auch nicht. Ich verstehe es nicht. Wir sind einfach eine andere Generation. Gucken wir doch mal. Ja, das ist wahrscheinlich. Alpha Pack, 17%, leider nicht. Muchachos, wenn euch die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Schreibt gerne eure Kommentare, äh, zu dem Thema YouTube auf Handy oder Tablet oder PC gucken, äh, in die Kommentare. Ich würde gerne wissen, wo, wieso, was ist der Grund dafür? Wieso macht ihr das so? Bis zum nächsten Mal reingehauen. Ciao, ciao! Outro